Ah, cool. Muss ganz kurz. Ach, das bricht zusammen. Naja, das hätte ich wissen müssen. Ja, ist es jetzt weg oder nicht? Ja, ist es weg. Nein, ich meine, ob das Ding kaputt ist oder nicht. Ja, ist es kaputt. Wo bist du? Ich bin in unserem Hochsitz. Echt? Wir sind hier vor dem kaputtenden Ding. Das wusste ich nicht, dass das jetzt wirklich alles in die Luft fliegt. Aber wir haben diesen Eingang verschlossen. Oh. Oh Gott, nein. Nein! Geh weg! Oh, Masti! Masti! Oh Gott, Alter. Forget it. Okay, ich hab noch genug. Ihr wisst euch. Oh, Alter. Kann doch nicht sein. Oh, Drecksack. Wobei, vielleicht schaffe ich's zu Dings. Wohin? Ich seh ne Ding. Äh. Äh. Ne Safestown. Ja, ich würde gerne auch, aber... ...ich muss hier Masti beschützen. Alter, wieso? Was ist denn? Ja, was ist denn? Es ist Nacht, Alter, und du gehst weg. Ah, fuck it. Oh, ich bin tot, Alter. Ich bin so gut wie tot. Ja, ich... Oh. Ich bin gar nicht... Ich bin gar nicht weit weg von euch, sehe ich gerade. Ich hab... Äh, zu viel konsumieren. Ich bin weg, Alter. Ich bin weg. Vergiss es. Die kommen hier nicht rein. Doch, die kommen rein. Ich bin tot. Jetzt kommt's gleich wieder. Ach, Mann! Ah. Oh, Gott. Super, dass du weggerannt bist. Ja, Entschuldigung, Alter. Ich hab dich die ganze Zeit hier verteidigt mit Dingen. Wo ist hier ein Safehouse? Alter, ich war bei neun fast. Ja, wo's blau leuchtet. Es gibt kein Safehouse. Es gibt kein Safehouse. Ich bin... Wieso sieht der mich? 108.000. Da drüben. Auf der Brücke ist ein Safehouse. Ich muss über die Brücke. Okay, komm. Ich schaff das. Ach, da schmachst du. Hm. Bin gleich wieder bei 8. Oh, Gott. Da ist einer. Ich hab's gleich zur Brücke geschafft. Ja, dann... Ja, port uns einfach. Ja, 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 ja. Wenn du schon da bist. Da ist einer. Nein! Oh, Gott. Ich bin tot. Schneller, schneller. Lauf, 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 lauf. 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 Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich. Ich. Oh, ich hab's geschafft. Dann port uns schnell, weil wir bekommen dann auch noch Gäste hier. Ich glaube gerade an, erneut. Okay. Auf geht's, schlafen. Was war das jetzt? Oh. Gott im Himmel, all echt. Ich muss erst mal einkaufen. Die ganze Nachtscheiße hat sich nicht gelohnt. Machete ist kaputt. Was hat denn der so? Ja, neue Sachen gefunden. Er hat ja nur Motorteile. Ja, das ist ja nur der Autotyp. Ach, gibt's keine... Ja, aber der hat hier eine Waffe in der Hand, der Wichser. Da muss ich auch irgendwie verteidigen. Ja. Mir egal. Aber du kannst Schaufen kaufen bei denen. Okay. Jetzt ist ja wieder Tag, aber, ähm, ich würd sagen, wir gehen dort hinten zu den LKWs. Holen uns wieder Munition, weil da gibt's ja wieder Munition und alles. Da gibt's ja die ganzen Kisten. Die wir öffnen können. Und dann... Und dann, äh, ja, und dann gehen wir das Schattenjägernest zerstören, das ohne Bombe ist. Aber jetzt wissen wir ja auf das nächste Mal, wenn da eine Bombe ist, die man aktivieren kann. Ich weiß schon, fasst das mit Tunneln. Ja, ich hab nicht gewusst, dass man echt raus muss, weil... Steht nirgends dran so, ja, verlasse den Tunnel oder sowas, weiß wie ich mein. Einfach nur was so aktiviert und dann plötzlich... Ach, meine Katana ist kaputt. Sag's doch. Wutda! Tja! Wichtje! Konzakana! Kapiss dich! Steht wieder auf! Drecksache. Wow! Das war doch geil. Ich bin über einen drüber gesprungen. Das ist so dumm, dass ich das nie fixen werde, glaube ich. Äh! Hm. Lootet ihr die Autos auch? Ja. Ich brauch Material. Ich krieg nicht mal Benzin. Kein Tropfen, Alter, echt. Alter, ich hab 180, 170 Flaschen fast. Schön für dich. Hey, warte mal. Hm, wir haben doch ne Karte. Warum kommt man da nicht rein? Danke. Oh Gott, hier ist wieder alles voll. Ich hör schon wieder was. Ja, der ist da unten, aber ich seh hier schon wieder hier... ein paar... die auf die Fresse wollen. Oh, oh. Oh, oh. Hinten an Stellen. Nein! Was sagt der? Hinten an Stellen. Boah, Alter, wie sie alle, wie die Wahnsinnigen auf mich zurennen. Ich mach ihn ja hier zu, so... So Kisten, ja. Ja, ja. Jungs, der ist tot. Er ist tot. Boah. Der große. Der Runde... Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab echt das Gefühl, ich mach keinen Schaden. Er pisst dich, Junge. Oh Gott, erst mal heilen. Kommt ihr zu mir? Ja, ich loote nur ganz kurz. Haben beide offen. Ich komm. Ich hab grad Schrotmulizierung gekriegt. Zehnmal! Wie, du hast beide offen? Beide offen? Hä, da ist doch gar nichts. Hier, bei mir, Alter. Wo seid denn ihr? Ich bin hier. Ich bin im anderen, der... Oh, da ist Ding, hier. Marsti macht auf der anderen Seite grad auf. Ah, Fackeln und Municipation. Das ist doch das, was wir brauchen. Für die letzte Mission jetzt hier. Oder, nee, wir haben noch zwei Quests. Und zwei sind... Und beide sind... Hinter dir ist ein Zombie. Schattenjägernest. Ey, worum gehst du, Marsti? Hier schon in eine andere Kiste. Äh, ich wollte die anderen Sachen hier noch mitnehmen schnell. Ja, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich kann schon wieder keine Munition mehr nehmen. Ja. Das geht ja schnell. Ich muss mich leider von meiner Brechstange verabschieden. Was ist kaputt? Was ist denn los? Ja. Schade, schade. Okay, Leute. Wir sind nicht mehr weit vom Kaninchenbau entfernt. Oder? Oh. Überhaupt nicht mehr weit. Okay, komm. Dann laufen wir dorthin. Autos noch lupen. Ach, die hab ich schon gelootet. Ich noch nicht. Hier unten. Oh Gott. Oh, nee, doch nicht. Lieber doch nicht. Alter. Der ganze Rasen ist wieder voll. Nehmt euch die Kleinen. Und was für den Großen? Aua. Okay, schön schnetzeln. Ja, verpiss dich, Schlampe. Ich hasse die Großen, Alter. Da musst du zweimal reinhacken manchmal. Na, der... Das heißt, nein, nicht eigentlich. Ach, fuck off, Mann. Ach, ja, genau. Ey, ja, ich bin down. Was? Ja, ihr rennt halt weg. Um mich rum. Überall Zombies. Nein, ihr seid doch da. Ich konnte nicht einmal ausholen. Angegriffen. Ich will... Dann stoße ich den einen weg. Will den anderen endlich schlagen. Und dann kommt wieder einer. Das ist so übertrieben, wie viele das sind. Was? Ich bewege mich die ganze Zeit hin und her. Glaubst du, ich bleib stehen, oder was? Und du sollst dich heilen. Ja, heil mich mal, bitte. Du lässt immer halbtot. Ja, heil mich mal, bitte. Ja, es geht schneller, wenn du mich heilst. Komm. Egal, lass die scheiß Zombies Zombies sein. Echt. Schnauze voll. Du scheiß Zombies. Ich will mal die Funke wieder. Ja, aber... What the fuck? Was denn? Der hat mich gerade richtig zusammengeschlagen. Wo bist denn du jetzt hin? Bin hier. Oah. Was ist denn? Bin doch hier. Ich dachte schon, du hast mich jetzt allein gelassen. Ja, komm, aber gehen wir jetzt weiter. Lassen wir die Zombies Zombies sein, nicht? Wir hatten meine Punkte. Was für Punkte? Du müsstest jetzt das Schattenjägernest zerstören. Dann müssen wir unsere ganzen Kräfte sparen. Ja. Und danach habe ich... Egal. Nein, wir machen das so, wie jetzt gerade eben. War sehr gut, was wir gerade eben gemacht haben. Ja, der hat uns die Bombe getötet. Hallo? Das war ja was anderes. Ich wusste nicht, dass jetzt die Bombe hochgeht und wir rausrennen müssen. Ich habe nur Bombe gehört und war fast draußen. Ja, ist ja gut. Ich dachte, da explodiert nur einfach jetzt das Schattenjägernest fertig. War nicht so, ne? Nein. Oh, wow. Munition. Ich bin voll. Mach das Polizeiauto hier. Oh, geil. König gekriegt. König? Echt? Oh, du Hund. Ich wollte dich gerade annagen, warst du hier echt. Ja, ihr seid doch da. Naja, wir waren noch nicht da. Ich bin schnell angerannt gekommen und habe ihm den Schädel runtergeschlagen. Oh, 1100 wenigstens, so viel. Oh, ne Sichel mit 900. Wow, Inventar voll. Hier liegt ne MP mit goldenen Lauf. Wo? Wollt ihr die haben? Ich kann die nehmen und dann für euch droppen, weil ich habe so eine schon. Wie viel Schaden macht die? 234. Wow, ja, gib her. Oder willst du sie machen? Ne, ne, ich habe ne MP. Aber warte, ich muss erst was kaputt machen. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-schawulen. Äh, Hammer. Wo ist die? Hier. Danke. Okay, Leute. Ich glaube, da oben ist das Schattenregernest. Jetzt einer von euch. Hm. So klar, ey. Dieser Bug, Alter. Das ist so nervig. Aber das muss man erstmal synchronisieren. Da ist es. Geht ihr schon mal vor? Ja, warte mal. Da ist ein Hochsitz. Ja. Ich mach. Schwer. Okay. Äh, ja. Was machst du denn? Jetzt ist hier neben mir wieder einer. Na. Nja. Oh, wem es. Na. Ich hatte es doch fast. Ich das hasse bei den Schweren. Dass wenn du fast es geschafft hast, dann bricht er. Ja. Yeah. Wenn Teleskopschlag stockt. Jetzt mich verarscht. Alle, ich hab meinen Baseballschläger gefunden mit 1200 vorhin. Oder mal da irgendwann mal. Aber der hat hier einen neuen 100 bloß. Oha. Okay, seid ihr bereit? Also, ich pass hier draußen. Reingeht's in den Kaninchenbau. Wartet mal, wartet mal. Ich starte mich dann komplett wieder mit Waffen aus. Ja, ich mach. Ne, also. Ich nehm mal die MP da noch. Ach du Scheiße, ich muss noch schnell ein paar Bolzen bauen. Ja. Rüstet euch aus und dann gibt's ja... Da ist ein Flugzeug. Der Kaninchenbau ist der letzte, ist die letzte Ding. Die letzte Quest. Okay. Betäubungsbolzen, die wirken nicht bei denen, oder? Ich glaube nicht, aber kannst du mal ausprobieren. Habt ihr auch Fackeln? Ich hab kaum noch Fackeln gehört. Was? Echt jetzt? Ich hab 43 Stück. Also, ich hab 67 Stück. Nice. Okay, ich hab 30. Oh, hauma. Abrollen. Irgendwie... komisch. Ich sehe schon welche. Oh, die stehen alle auf einem Fleck. Hier ist wieder Wasser. Das ist ganz gut. Ich sehe die von hier. Äh, die kommen. Das sind normale Zombies. Die jetzt alle ins Wasser bringen. Nicht, nicht, spart Munition. Können wir doch alle so schlachten. So, runter mit dir. Runter mit dir. Und... Und runter mit dir. So, das war's. Ja, bei mir auch. Im Wasser, Alter. Oh, geil. Gehen wir hier durch, oder gehen wir da durch? Komm, wir gucken. Wieso leuchtet denn das so? Jungs. Ich weiß es nicht. Ey. Hier ist einer. Sieht aus wie ein Professor. Und eine Knarre. Nicht so gut. Da ist voll. Vermisster Personenausweis. Ah, wir haben eine Vermisster Person. Ich habe eine Leiche gefunden. Ich glaube, es ist einer von deinen Leuten. Wir wissen zu schätzen, dass du uns Bescheid gibst. Vielen Dank. Da hast du ein Auto. Was? Ein Brenntrophäe. Ah. Zwischen den Taschen. Okay. Hm, sieht sehr lecker aus. Äh, hier geht's noch weiter rum. Was? Ist der Ausgang wahrscheinlich. Ja, ja. Da leuchtet doch wieder Ding. Oder Tageslicht. Ja. Okay. Soll ich meinen Bogen wieder auspacken mit Explosionspfeile? Noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Ey, ich rüstle den aus. Ich habe jetzt keine... Ich habe so gut wie keine Nahkampfwaffe jetzt, gell? Ja, ja. Nahkampf gegen die ist sowieso schlecht. Alter, was ist denn das für eine Höhle? Hier leuchtet alles. Ja, das meine ich doch. Sieht ja so geil aus. Äh, wir sind in Minecraft. Das sind Diamanten. Genau. Nicht abstoßen. Wisst ihr, was das Tolle ist? Hier brauchen wir wenigstens kein Licht. Ja. Hey. Was ist denn? Hier sind nur Runner. Hörs Maul. Verpiss dich. Ab nach unten mit dir. Und du auch. Tschüss. Äh, vergisst nur Runner. Was? Der ist schon runtergefallen. Der ist schon... Lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Vielleicht rennen. Wenn sie runterfallen, dann... Oh Gott! Okay. Lass sie doch nicht kommen. Ja, genau. Runterfallen lassen. Da kommen noch Runner. Einige fallen runter und sind tot. Das war's. Alle tot. Okay, ich glaube wir können rüber. Pass auf, Socki. Äh! Nein! Verpiss dich, Junge! Nein! Ah! Ah! Nein! Alter, ich bin tot. Da unten ist Wasser. Hat aber nichts gemacht. Kann mich jemand holen, oder? Hallo? Was? Wo seid ihr? Hier, 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 hier! Komm, ich komm! Boah! Aber jetzt sind wir wieder im Wasser. Ja, nicht so. Danke, Mann. Danke. Wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Keine Ahnung. Ah, da! Hup! Vielleicht müssen wir klettern. Nur vielleicht, das ist so. Wir müssen klettern. Leute, bleibt... Bleibt mehr zusammen. Ja, ich guck nur, wie... Langsam. Wie wir klettern müssen. Das war jetzt zu voreilig. Ja, aber es war doch gar nichts mehr ges... Also, ich hab nichts mehr gesehen, also... Die Viecher, die spawnen auch einfach nur. Das nervt mich ein bisschen. Oh, da ist einer. Da ist auch einer. Hier ist einer. Sind wir schon wieder oben? Nein! Ach, komm. Bist du tot? Boah, ja. Wieso hält er sich nicht fest? Nee. Muss auf... Auf Leertaste draufbleiben. Hab ich gemacht. Das mach ich jedes Mal. Komm. Halt dich mal, Saki. Ja, danke. Hab ich schon gemacht. Ich würd so gern, wenn du mit der MP auf die Baller spielst... ... ich bin jetzt so zittert. Die zappelt so rum, wie in so alten Streifen. So tta 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 tta. Seht ihr irgendwo das Nest? Ja. Da ist das Nest. Und zwei Stück. Oh, wer, wer, wer ist das schon wieder? Masti. Nein, bin ich nicht. Ja, warte, soll ich sie leise ausschalten, den Bogen? Ja, mach mal. Noch. Das ist ihn auch nicht. Ist voll ungenau. Ach, was ist denn das? Da kommt einer. Jetzt schieße ich auch mal. Ja, stell dich mir halt mir in den Weg. Ja, jetzt ist sie. Da ist einer. Okay. Ich muss aufpassen, dass er nicht von hinten kommt. Jetzt ist einer. Na ja, was sag ich? Was sag ich? Was sag ich? Vorsicht, schießt auf ihn. Schießt! Okay, er ist tot, er ist tot. Was ist mit dem da unten? Was ist mit dem da unten? Was ist mit dem da unten? Der kommt ja. Ich bin wieder im Zappel. Das ist zwei. Jetzt. Jetzt ist er tot. Er ist tot, er ist tot. Andere Seite? Keiner. Da ist ja eine, der kann wieder auferstehen. Was? Ich bin doch nicht tot. Jetzt ist er eh. Ich hab noch 40 Schuss. Alter. Okay, kommt. Ich geh jetzt auf Pum. Wir können uns auch mal kurz einschleimen. Hültig? Hüah! Alter! Hüch, der steht wieder auf. Hüah! Was? Wo? Wo denn? Wo kam der her? Schleimt doch ein. Schleimt euch ein. Der lebt noch. Der lebt nicht mehr. Noch. Der lebt noch. Alter, wo lebt der denn so lange? Schackel, 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 schackel. Ja, 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 ja. Wie Zombie aus. Nein, 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 noch einer. Was? Da ist einer, wo das Nest ist. Wir müssen hier, lass uns hier gerne gehen. Masti, Masti, komm. Oh, da kommt noch einer. Masti, Vorsicht! Du wirst voll rein! Also. Ich habe keine Ahnung, wo das Nest ist. Doch, da ist es. Also, pump ich extrem effektiv. Ja, komm doch, komm doch. Ja, komm doch, komm doch. Stürr! Na, deine Pistole war voll heftig, Mann. Muss reloaden. Ich mach das Nest kaputt. So, das ist dein bestes He. Okay. Das nächste Nest. Das letzte Nest. Wo ist das? Alter. Vorsicht, hinter dir! Verfolge abgelehnt. Können wir es besser. Ja, wie viele Punkte! Vom Weg! Die kommen da raus. Wir müssen raus. Wir müssen gehen, Leute. Wir müssen gehen. Ja, da kommen tausend Stück raus. Ja, da kommt tausend Stück raus. Boah, boah, das sind zwei, das sind zwei! Drei! Lass uns gehen! Ich muss nachladen. Nein, nein, nein. Vorsicht. Ich kann keine Fackeln mehr werfen. Ich habe zu viele geworfen. Hier, dann fallen die runter. Alter. Wie viele Wendigkeitspunkte ich kriege. Ups, Teller. Aber wo zum Teufel ist jetzt das Letzte? Also hier war eins. Wir müssen das Letzte suchen. Vielleicht hier. Nubi, komm. Kommt ihr? Ich will nicht alleine gehen. Wenn ihr irgendwo was seht. Ja, da ist es. Da ist es tatsächlich. So, jetzt mache ich es fertig. Gebt mir Deckung. Gebt mir Deckung. Geht weg, Jocki. Geht weg. Das war's, oder? Das war's noch immer nicht. Weg hier. Hier sind wieder die Dinger. Oh Gott, sind da viele. Ach du Scheiße, die kommen hier hoch. Runter. Runter mit euch. Runter. Weg. Okay, aber wir brennen auf. Aufpassen. Uh. Hinter uns. Hinter uns auch noch. Boah. Nein. Boah, vor uns. Auf uns. Wir müssen hier raus. Hat kein Wert mehr. Los. Ah. Boah, wo ist er hin? Ich sehe nichts mehr. Uah. Mastik, wir versuchen gleich zu dir zu kommen. Hab dich. Okay. Mastik, komm her. Wo bist du? Ich heil dich. Ich mach schon, ich mach schon. Achso. Ja, gut. Das glaube ich auch. Wir müssen weg. Da kommen unendlich. Ich hab noch 15 Fakten. Ich hab noch 45. Keine Sorge. Komm, wir müssen hier weg. Wir dürfen nicht an einem Fleck stehen bleiben. Komm, Slug, komm, Slug. Ah, da ist auch einer. Slug, was? Wo seid ihr? Hier. Ich weiß nicht, wohin, Mann. Ich weiß nicht, wohin wir gehen sollen. Ermittelt irgendwo jemand das lässt. Der ist kaputt. Nein. Ah. Hinter uns. Kommt, kommt, kommt. Wo lang? Wo lang? Darüber? Ist da eins? Nein. Das haben wir zerstört. Aber da drüben ist vielleicht eins. Ja, es ist dort drüben. Da ist einer. Ich weiß, ich bin runtergefallen. Verpiss dich, Junge. Verpiss dich. Scheiß Viech. Ich mach's kaputt. Ja, mach. Das war's aber jetzt, oder? Ja. Wir haben's geschafft. Äh, nee. Ja, die wurden... Die hauen jetzt alle ab. Letztes Gesäuble. Ja, kreißig. Okay, verschwinden wir aus dieser leuchtenden Höhle, ey. Kann man hier tauchen? Führt's hier vielleicht einen Weg raus? Ne. Schaut schon was creepy aus. Leider nicht. Ach Gott. Raus aus dieser... Aus dieser Horrorhöhle. Junge, war das ein Kampf, Alter. Aber siehst du, wir haben's geschafft. Ja. Alter, was die Kugeln, die wir gerade verballert haben. Ja, also das Geilste war... ...die wir alle... ...gottes Niedergemetzelt haben. Warte da rüber. Danke. Okay. Warte, da rüber zeigt's mir an. Ach, da runter springen. Ins Wasser. Ich ja? Ja, guck doch, der Ding... Wuhuuu! Du bist ziemlich... ... im Felsen vorbeigeschrampt. Okay. Hier geht's raus. Alter, wir sind Helden. Ich hab noch acht Schuss. Wenn jetzt einer kommt, dann wird's ein bisschen haarig. Aber ich glaub nicht. Da geht's raus. Wir haben's geschafft. Da, jetzt muss ich...